willkommen zu dieser aufgabe bei der sollen wir mit der erst schuss schrotflinte oder ein schuss schrotflinte fünf headshots erzielen ich glaube es ist die prime shotgun im englischen falls ihr das so eingestellt habt ich zeige es euch aber auch noch mal diese hier ist das erst schuss schrotflinte so heißt das ding welche stärke die hat ob das jetzt eine graue grüne oder sonst was ist spielt erstmal gar keine rolle die findet ihr überall im prinzip im loot in kisten ihr wisst ja selber die liegt irgendwo rum findet ihr es jetzt eigentlich keine so mega beliebte waffe ehrlich gesagt also bei mir jetzt nicht unbedingt nicht es gibt nur noch eine die schlimmer ist ist die aufladbare maschinenpistole ja okay die ist halt nicht so cool aber die braucht jetzt zurück zur aufgabe was soll das was erzähle ich hier überhaupt zack zurück und ich zeige euch jetzt mal einen ort wo ihr diese fünf headshots ganz gut hinbekommen und zwar hier ähnlich wie beim mancake da könnt ihr übrigens auch machen habt ihr hier die sabina das ist ein mpc und die könnt ihr einfach mal auf ganz entspannte rino hier zum duell heraus fordern und achtung die schießt zurück und dann sollst du einen kopfschuss landen und immer ich bin nicht so die beste schütze die merkte schon und immer wenn es sage ich jetzt mal so klingen nach der oder jetzt zum beispiel hier siehst du es am 24 das war der vierte das ist der fünfte schon gewesen der sechste also genau so funktioniert es ihr müsst jetzt nicht killen oder so aber ich wollte euch nur zeigen ich bin jetzt gekillt wie das ganze funktioniert mit dieser waffe funktioniert ist der ort ist eigentlich ganz cool dafür den will ich euch noch mal markieren schaut mal hier oben das ist nämlich in dieser coolen villa dort läuft der mpc rum ansonsten habt ihr hier noch ein mpc weiter unten bei rocky wheels mancake aber da machen es die meisten insofern würde ich sagen macht es lieber da oben da ist vielleicht ein stück weit weniger los also insofern viel spaß bei dieser aufgabe macht's gut bis dann